Guten Morgen. Herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich bin Claudia Simons, Referentin für Afrika in der Heinrich-Böll-Stiftung und freue mich, Sie alle begrüßen zu dürfen, heute zu diesem zweiten Teil unserer Konferenz Monopoly in Afrika, Investitionen und nachhaltige Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent. Wir hatten gestern Abend bereits einen großartigen Auftakt mit einer Einführung von unserem Vorstand Barbara Unmüßig und einer Keynote von Carlos Lopez, Professor in Cape Town und Oxford und ehemaliger Vorsitzender der Wirtschaftskommission für Afrika der Vereinten Nationen. Auch heute erwartet uns ein spannendes Programm, deswegen will ich hier gar nicht so viel sagen, denn wir haben ja unsere tollen Referenten und ReferentInnen, die uns hier inhaltlich durch den Tag führen, aber nur ganz kurz, insbesondere für diejenigen unter Ihnen und euch, die gestern nicht hier waren. Wir befinden uns mitten im sogenannten Afrika-Jahr der Bundesregierung, dem sogenannten deutschen Afrika-Jahr. Afrika war lange nicht so sehr im Fokus der Bundesregierung, der Kanzlerin, diverser Ministerien und auch seit sehr langer Zeit war und ist Afrika nicht so präsent in den deutschen Medien wie in 2017. Im Rahmen der G20-Präsidentschaft der Deutschen hat die Kanzlerin Afrika zum Fokus gemacht. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat den Marschallplan mit Afrika präsentiert im Januar diesen Jahres. Das Finanzministerium hat für die G20 einen Compact mit Afrika entworfen und zuletzt zog auch noch das Wirtschaftsministerium mit seiner Initiative Pro Afrika nach. Im Juni findet ein Afrika-Gipfel hier in Berlin statt. Im Juli steht Afrika im Rahmen der G20 auf der Agenda des Gipfels in Hamburg und im November folgt dann der EU-Afrika-Gipfel. Bei aller Unterschiedlichkeit der verschiedenen Papiere und Initiativen stehen zwei Themen ganz klar im Mittelpunkt. Investitionen sowie Flucht und Migration. Häufig treten diese beiden Aspekte zusammen auf. Mindestens wer zwischen den Zeilen liest, wird darauf kommen, dass wirtschaftliche Kooperationen, dass Investitionen vor allem als Strategie gehandelt wird, Menschen davon abzuhalten, den afrikanischen Kontinent Richtung Europa zu verlassen. Initiativen, Gipfel, man kommt kaum noch hinterher. Die diversen Vorstöße der Bundesregierung wurden bereits vielfach kritisiert. Man könnte sich jetzt an jedem Einzelnen dieser Papiere abarbeiten, das haben wir aber nicht vor heute. Wir wollen hier kein Initiativ-Bashing machen, das wäre langweilig. Was wir machen wollen, ist fragen, was wollen denn unsere vielfach genannten, aber so selten gefragten afrikanischen Partnerinnen und Partner in Bezug auf Investitionen, in Bezug auf nachhaltige Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent? Welche Arten von Investitionen und welche Investitionsregulierungen sind wünschenswert? Wie entstehen nachhaltig mehr Arbeitsplätze, aber nicht zu jedem Preis, sondern zu würdevollen Arbeitsbedingungen? Welche Ansätze tragen zu einer sozial-ökologisch nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung bei? Denn bei all dem Hype um Afrika in Deutschland sind die Perspektiven der afrikanischen Partnerinnen und Partner kaum zu sehen. Und wenn afrikanische Perspektiven einbezogen werden, dann stellt sich immer noch die Frage, wessen Perspektiven das sind. Denn afrikanische Regierungen sind die eine Sache, privatsche Wirtschaft ist eine andere und die afrikanische Zivilgesellschaft kommt dann am Ende meistens überhaupt nicht mehr vor. Deswegen freue ich mich besonders, unsere afrikanischen Referentinnen und Referenten begrüßen zu dürfen. Es ehrt unsere Stiftung, dass so viele Gäste aus Nigeria, Kamerun, Kenia, Südafrika und Guinea-Bissau unserer Einladung gefolgt sind. Wir freuen uns, dass Sie heute mit uns Ihre Expertise und Ihre Perspektiven aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, der Politik und der Wissenschaft auf Investitionen und nachhaltige Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent mit uns teilen werden. Einen herzlichen Applaus für alle unsere Referenten und Referentinnen von gestern und heute bitte. Sie haben alle das Programm vor sich, im Print oder auf Ihren Smartphones. Uns erwarten spannende Panels und Vorträge. Wir beginnen mit einer kurzen Einführung in die Afrikapolitik der G20, machen dann einen Reality-Check von Investitionsprojekten auf dem Kontinent. Wir lauschen einer Unterhaltung zwischen dem Architekten des Compact für Afrika mit Afrika und einem führenden kenianischen Ökonomen und Intellektuellen. Wir fragen uns, welches Engagement denn wünschenswert wäre und kommen schließlich darauf zurück, zu fragen, was denn das alles für die deutsche Politik und Wirtschaft bedeutet. Bevor wir beginnen, ein kleiner organisatorischer Hinweis. Unser Haus ist heute voll, wir sind nicht die einzige Veranstaltung. Deswegen wird es in den Pausen eventuell etwas gedrängt werden. Mittag- und Kaffeepausen finden unten im Foyer statt, also beim Eingang rechts bzw. bei der Treppe links, bei der Eingang und Rezeption, da wo Sie sich auch angemeldet haben. Und bitte kommen Sie pünktlich zu den Panels wieder in den Raum. Wie gesagt, es schwirren hier einige Leute im Haus heute herum, damit da nichts durcheinander gerät. Ansonsten bleiben wir jetzt nur noch allen Beteiligten an dieser Konferenz zu danken, insbesondere dem gesamten Team des Afrika-Referats mit allen Büros hier in der Stiftung und auch allen anderen Referaten und Abteilungen, die an so einer Veranstaltung beteiligt sind und uns allen einen interessanten Konferenztag zu wünschen und zu hoffen, dass wir am Ende des Tages mit vielen Erkenntnissen und einem geschärften Blick auf Investitionen, auf nachhaltige Entwicklung in Afrika nach Hause gehen. Ich übergebe damit an Nancy Alexander, die das Economic Governance Programm der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington DC leitet und uns eine kleine Einführung in die G20 und Afrika geben wird. Nancy, bitte. Thank you so much, Claudia, and your whole team for putting together. Vielen Dank, Claudia und das ganze Team, dass ihr hier so eine tolle Konferenz organisiert habt. In meiner Präsentation habe ich viele Folien. Sie müssen also die Information nicht aufschreiben, da ich Ihnen die Folien schicken werde, wenn Sie Interesse daran haben. Ich habe nur zwei Eröffnungsbemerkungen. Ich habe gegen die Politik der Weltbank gearbeitet, die Afrika auferlegt wurde und auch anderen Regionen für schon 30 Jahre. Man glaubt es kaum. Und Barbara ist vor etwa acht Jahren zu mir gekommen und hat gesagt, Nancy, hast du kein Interesse an der Gruppe der 20 mitzumachen? Und ich wusste damals nicht so richtig, was da rauskommen sollte. Aber das hat mich immer mehr mit Afrika beschäftigen lassen und meine Leidenschaft im Hinblick auf die afrikanische Realität betraf zwei Dinge. Als ich begonnen habe, zur Entwicklung zu arbeiten, hat die Weltbank ihre Dokumente herausgegeben. Wir haben Dokumente über Ghana, Kenia erhalten und würden diese dann den Menschen vor Ort vorlegen und haben gesagt, wir haben für euch diese Dokumente gestohlen. Und es ging da um Investitionspläne der Weltbank und des IWF. Dann habe ich meine eigene Organisation gegründet gegen die erzwungene Wasserprivatisierung. Ich habe also schon viele Jahre zu Infrastrukturproblemen gearbeitet und ich werde Ihnen einige meiner Einsichten zeigen und ich hoffe auch von Ihnen zu lernen, ich glaube, ich habe 20 Minuten Zeit. Und geben Sie mir bitte ein Zeichnen. Fünf Minuten vor dem Ende gestern Abend, als Carlos Lobes gesagt hat, Kolonialismus ist noch nicht vorbei. Das große Geld wurde den afrikanischen Führern versprochen für ein neues Zeitalter von Megaprojekten in Afrika. Die afrikanische African Development Bank und die afrikanischen Staatsoberhebter haben gesagt, sie wollen Energie versorgen, die Infrastruktur entwickeln und Afrika kann sich selbst versorgen. Aber es gibt auch die koloniale Agenda, wenn man hier die ganzen Rohstoffe sieht von Eisenerz, Kopf, Kupfer, Nickel, Öl und Gas. Das gibt also dieses alternative Narrativ, das hier etwas zu tun hat mit dem Monopol in Afrika, dass Leute von außen Zugang zu den Märkten haben wollen, das Programm für Infrastrukturentwicklung und Afrika. Hier dazu einige Faktoren, vier Branchen, Energie, Wasser, Verkehr und Informations- und Kommunikationstechnologie. Es geht offensichtlich nicht wirklich um nachhaltige Entwicklung, obwohl darüber viel gesprochen wird. China hat angekündigt, dass die Straßeninitiative Ostafrika verbinden würde und Japan hat vor zwei Wochen angekündigt, dass sie sich zusammentun mit Indien für eine östliche Initiative in Afrika. Auch die USA hat eine Initiative. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich das BIP von China vervierfacht. Die USA, da ist es gesunken und die Weltbank sagt, man kann eine Menge Geld bekommen. Es gibt 4,5 Milliarden arme Menschen, aber sie sind 5 Trillionen Dollar wert. Die Leute von außen wollen die Märkte, die Rohstoffe. Und ich bitte korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders sehen. PIDA, das gehört eigentlich, die Verantwortung liegt bei Afrika. Carlos hat gestern gesagt, die afrikanischen Staatsoberhäupte müssen für Afrika kämpfen. Das ist die Energiekarte für PIDA mit den Energieprojekten. Ich habe diese Karte überall in Afrika gezeigt, in Accra, Nairobi, Choba. Oft arbeiteten die Menschen an einem Projekt, aber sie wussten nicht, dass es Teil eines Masterplans war. Das ist der Masterplan für die Energie hier, für Verkehr. Und die, die gestern da waren, haben Carlos gehört, der über die Infrastruktur gesprochen hat. An der Küste, das heißt, es geht also um globale Beschaffungsprojekte. Intrafrikanischer Handel ist sehr wenig entwickelt. Das gilt auch für die Investitionen. Das ist der Wassermasterplan. Die Staatsoberhäupter in Afrika haben spezielle Unternehmen ins Leben gerufen für ein kontinentales Businessnetz. Sie sind jetzt besorgt. Sie haben gesagt, wir brauchen mehr Geld, damit diese Projekte angeschoben werden. Es gibt zu viele Risiken für die Investoren. Wir brauchen hier also Champions und es gibt eine spezielle Initiative für solche Champion-Projekte, die Sie hier sehen. In Nigeria wollte man wirklich, dass die nigerische Pipeline die Gasverbraucher in Europa versorgt. War das wirklich seine Priorität in Kenia? Und wir werden nachher davon noch etwas hören. Da gibt es eine besondere Initiative, die Sie hier sehen. Das sind die Initiativen, die die Präsidenten festgelegt haben. Und Barbara hat gestern ganz klar gesagt, Afrika braucht wirtschaftliche und soziale Infrastruktur. Das heißt, dieses Ziel kann man hochhalten. Aber was falsch ist, ist, dass PIDA die Priorität auf die Megaprojekte legt, die alle anderen Prioritäten überschatten wird und auch die Priorität auf PPP legt. PIDA hilft nicht oder bitte korrigieren Sie mich. Ich glaube, es wird nicht sehr hilfreich sein für urbane, intraafrikanische Infrastruktur, soziale Infrastruktur. Es ist nicht klar, ob das etwas tut für die Verpflichtung aus den Pariser Abkommen. In all meinen Reisen habe ich gesehen, dass die Zivilgesellschaft keinerlei Input in diese Strategie hat. Das Ziel ist, dass die Staaten Verträge abschließen mit privaten Investoren, um große Einkommensströme zu generieren. Es geht um die Projektvorbereitung auf der Basis von Verträgen und die Risikoverteilung ist sehr unfair. Man hat eine Straße, einen Vertrag und dieser Vertrag macht die Straße in Einkommensflüsse für die Investoren, die nicht aus Afrika kommen. Das heißt, Ressourcen werden abgezogen aus Afrika. Und PPP ist kontrovers. Was ist das hier? Ist das ein Bild von einem Hund oder von einem Kaninchen? PPP scheint etwas Großartiges zu sein für Investoren. Für andere ist es aber eher schrecklich. Es zeigt sich, dass PPP eine Menge zu gewinnen haben. Darüber können wir nachher noch einmal sprechen. Alle Nachweise, die ich in unterschiedlichen Studien gefunden habe und die ich hier aufgelistet habe, zeigen, dass die Investoren sich nicht darum scheren, was das für nachhaltige Entwicklung bedeutet. Oder unten steht, dass es oft so gefährlich ist, dass das den Ruf der Länder schaden kann. Aber die afrikanischen Staatsoberhäupter wollen kurzfristigen Erfolg. Und sie sind keine kleinen Projekte. Wir werden Trillionen Mittel einwerben. Aber erreicht man das mit Megaprojekten und einem deregulierten Umfeld? Erreicht man damit eine nachhaltige Entwicklung? Das Milliarden-zu-Trillionen-Ziel wurde von sieben multilateralen Banken angekündigt. Ich glaube, das ist schon meine letzte Folie. Lassen Sie mich abschließend sagen, dieses Milliarden-zu-Trillionen-Plan. Ich habe gestern mit Carlos darüber gesprochen und ich habe gesagt, es macht mir Angst, dass der Traum des Präsidenten der Weltbank ist, dass die Maut- und die Nutzungsgebühren, die genutzt werden können, sondern dass das letzten Endes den Pensionsfonds des Nordens zugutekommt. Und diese Pensionsfonds profitieren davon. Für mich ist das die Verletzung der Menschenrechte. So viele Mittel gehen Afrika verloren durch Schuldendienst. All diese Einkommensströme werden aus Afrika abgezogen, so dass Afrika letzten Endes ein Nettogeber ist für den Norden. Viele denken, dass wir Afrika Hilfe gehen, aber es ist andersrum. Das wird oft nicht verstanden, wenn wir über einen Vertrag sprechen. Es geht darum, wie können wir dieses Stehlen aus Afrika verhindern. Und dieser Plan ist ein weiteres Projekt, um die Einnahmen aus Afrika abzuziehen für die Pensionsfonds des Nordens. Gestern haben wir über null Zinsen gesprochen. Das heißt, diese Pensionsfonds könnten bankrott geben, wenn sie keine neuen Einkommensquelle finden. Diese Verträge betreffen Generationen. Ich habe keine Zeit, darüber zu sprechen, aber die Stiftung hat ein spezielles Projekt aufgelegt, um den G20 und der Weltbank entgegenzutreten mit dem Vertragsentwurf. Jede Regierung in Afrika hat einen Vertragsentwurf bekommen, wo die Risiken in der Mehrheit den Regierungen und den Steuerzahlern in Afrika zugeschoben wird. Ich möchte wirklich Ihre Meinung hören, ob ich hier richtig liege oder ob ich korrigiert werden muss. Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Korrektur vornimmt oder eine Bemerkung hat. Wir haben fünf Minuten jetzt noch Zeit dafür. Vielen Dank. Normalerweise spreche ich immer zu lang. Wenn Sie jetzt nichts dazu zu sagen haben, bin ich wirklich enttäuscht. Ich kann es nicht glauben. Keine Fragen, keine Kommentaren. Was habe ich falsch gemacht? Vielleicht kann ich das Ganze noch ein bisschen stimulierender gestalten. Martin? Vielleicht haben wir noch Zeit für Martin und für die eine weitere Frage. Die anderen waren gelangweilt. Vielen Dank für die Präsentation. Keine Angst, wir haben dich nicht zu korrigieren. Du hast völlig recht in dem, was du gesagt hast. Und ich glaube, wir sollten tiefer in die Diskussion einsteigen, wie du das gesagt hast. Und da werden wir einige der Dinge aufgreifen, die du gerade gesagt hast. Ich glaube, Martin spricht nicht für jeden, wenn er sagt, alles, was ich gesagt habe, stimmt. Dina, ich fand es sehr interessant. Nur zwei kleine Fragen. Du hast das kontinentale Business Network erwähnt. Kannst du dazu etwas mehr sagen? Wer gehört dazu? Was planen Sie? Und zweitens hast du Vorstellungen für Alternativen, wie man die Infrastruktur alternativ aufbauen kann, auf gerechte Art und Weise? Das Continental Business Network wurde von der Beratungsgruppe von PIDA ins Leben gerufen. Es besteht aus Banken und großen Unternehmen. Die Präsidenten von Afrika haben sich getroffen mit dem PIDA World Economic Forum, um Entscheidungen zu treffen im Hinblick auf grenzüberschreitende Investitionen. Das Hauptziel ist, dass Pensionsfonds im Norden investieren. Wenn ich mit einem Pensionsfondsmanagement spreche und sage, was halten Sie von dem Traum des Weltbank-Präsidenten, dass die Afrikaner die Alten des Menschen im Norden unterstützen, dann höre ich meistens, ist es nicht großartig, wenn die Leute in Dar es Salaam eine Straße bekommen. Und ich sage, ja, sie bekommen eine Straße, die sie sonst nicht hätten. Aber für wie viele Jahre sollen die Afrikaner dann an den Norden Geld bezahlen? Wie viele Generationen, das kann 50 Jahre dauern, für wie viele Generationen soll Afrika noch bezahlen? Das Continental Business Network scheint hier die Rolle der anderen Netze übernommen zu haben. Und man sieht den Plan auf der Webseite Alternativen. Es gibt viele NGOs, die gegen Megaprojekte sind, gegen PPP. Ich bin das nicht. In den USA kann ich von Washington aus überall hinfliegen. Nur nicht direkt nach Berlin vielleicht. Aber ich kann überall hinfliegen. Ich kann mit der Bahn fahren. Es gibt ein bedeutendes Netz von intraregionalen Projekten in vielen Teilen der Welt. Und Afrika sollte das auch haben. Das Problem beginnt, eigentlich gibt es da viele Beispiele, aber erst einmal sollte die grenzüberschreitende Infrastruktur die afrikanischen Länder miteinander verbinden, wenn Afrika Wertschöpfungsproduktion haben muss. Braucht sie die Infrastruktur für den eigenen Bedarf? Und meiner bescheidenen Meinung nach muss es erst einmal den lokalen und regionalen Märkten dienen. Aber dieser Plan wird von außen entwickelt und die Zugang haben wollten zu den afrikanischen Ressourcen und Märkten. Und die Nachhaltigkeitsziele sollten mit integriert sein. Aber die Weltbank der IBF, die haben keine Definition für nachhaltige Infrastruktur. Aber sie könnten zumindest sagen, gut, die afrikanischen Länder haben sich verpflichtet, in Paris im Hinblick auf nachhaltige Ziele, Infrastruktur. Wir arbeiten mit den Staatsoberhäutern und den Bürgern zusammen, dass diese Ziele erreicht wurden. Das ist nicht geschehen. Der wichtigste Punkt für mich, Dina, ist, dass alles unter dem Deckmantel gehalten wird. Das ist wie vor 30 Jahren, wo man keine Exemplare der Darlehensverträge bekommt, der PPP-Verträge. Die Stiftung entwickelt gerade eine Partnerschaft mit Transparency International. Aber wir können das nicht tun, ohne mehr Afrikaner einzubeziehen. Wir wollen afrikanische Partner haben, die uns anleiten können. Wir sollten nicht an der Spitze stehen. Also bitte, wenn Sie diese Initiative für wichtig erhalten, um die Transparenz zu verbessern, im Hinblick auf Darlehen, Verträge, spezielle Projekte im Zusammenhang mit PIDA. Denn, Dina, und das ist mein letzter Punkt, diese MECA-Projekte sind so kostspielig. Und das BIP in Afrika kann schnell ansteigen. Diese MECA-Projekte müssen betrachtet werden vor dem Zielkonflikt, dass man auf der einen Seite Milliarden Dollar ausgibt. Ein Megaprojekt kann aus 500 Unterprojekten bestehen. Und wenn wir hier nicht diese Zielkonflikte beherrschen. Und hier noch ein letzter Punkt. Ich habe einmal mit dem World Economic Forum und PIDA gesprochen, über den Nord-Süd-Korridor in Südost-Afrika. Und ich habe Ihnen gesagt, wie viel Planung es bereits erfolgt ist, dass dieser Korridor auch die KMU erfasst. Und der Projektleiter hat mir gesagt, ich erinnere mich, jemand aus Afrika, aus Tansania, hat diesen Punkt schon einmal angesprochen vor einigen Monaten. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, wie die Lösung ausgesehen habe. Und ich habe gedacht, meine Güte, wenn wir nicht die afrikanischen Unternehmen unterstützen mit diesen Megaprojekten, was machen wir? Es geht uns hier wirklich nur um Wettbewerb, um ein Monopol. Und das muss der Vergangenheit angehören. Wir müssen diese Art des Kolonialismus in die Vergangenheit verbannen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Nancy Alexander, für diese Einführung. Es gibt jetzt die G20 und sonstige Diskussionen über Investitionen. Und das ist eigentlich immer sehr abstrakt. Und wir müssen uns mal überlegen, was es bedeutet, wenn wir über makrowirtschaftliche Stabilität reden, über PPP und so weiter, Finanzierungsmodelle für Investitionen, bankfähige Produkte etc. Was bedeutet das eigentlich konkret? Und wir werden jetzt am ersten Panel das mal einem Realitätscheck unterwerfen. Ich darf bitten, Ika Langelei und Martin Zunkoi und Uwe Kekkeritz auf das Podium bitten. Wir versuchen jetzt mal ins, wie soll man sagen, ins Eingemachte mal zu gehen. Wenn wir diese Sachen uns anhören, was bedeutet das? Was sind das Investitionen, Infrastrukturprojekte? Was bedeutet es, bevor überhaupt entschieden wird, was passiert dann? Wer entscheidet darüber? Wer bezahlt es und wer zieht Nutzen aus all dem? Wir haben jetzt drei Podiumsteilnehmer. Wir haben Ikal, Ikal-Angelei, willkommen. Er ist der Direktor von Friends of Lake Turkana. Sie arbeitet für mehr Graswurzelgruppen, Einbindung in die Entscheidungsfindungsprozesse. Sie betrachtet nachhaltige Projekte zur Verbesserung des Lebens vor Ort. Sie konzentriert sich auf Projekte im Zusammenhang mit dem Problem der Erdölförderung rund um den See Turkana. Willkommen. Martin ist hier ein Vertreter der Africa Development Interchange Network Organisation. Er ist Berater für kommerzielle Studien in Kamerun. Martin ist vormals Chef einer Beratergruppe und er ist auch im Bereich der Evaluierung unterwegs. Er ist Dolmetscher. Entschuldigen Sie, er ist nicht Dolmetscher, er ist Doktor. Und, ja, willkommen Martin Zunkai. Und last but not least haben wir hier Uwe Kerkeritz, Ersprecher für Entwicklungspolitik der Grünen Bundestagsfraktion. Der ist auch Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Er ist seit 1990 bei den Grünen und 2009 ist er Mitglied des Bundestages. Vor der politischen Karriere hat er gearbeitet als selbstständiger Unternehmensberater, auch als Lehrer für öffentliche und private Institutionen. Er hat auch eine Zeit in Kamerun gearbeitet für den deutschen Entwicklungsdienst. Willkommen, Uwe Kerkeritz. Wie schon gesagt, lassen Sie uns jetzt mal konkreter diskutieren. Hikal, welche Erfahrungen haben Sie mit Investitionsprojekten? Sie arbeiten ja viel in diesem Zusammenhang im Turkana-See-Bereich. Können Sie uns eine mögliche, eine Wendung darlegen, was das eigentlich bedeutet, diese Investitionsprojekte für Ihren Bereich? Ja, vielen Dank, Claudia Simons. Ich komme aus dem Gebiet des Turkana-See-Bereich, das ist ein marginalisierter Bereich. Da haben wir wenig Bildungsinstitutionen, da gibt es nur etwas von der katholischen Diözese. Alles, was es dort gibt, wird von NGOs unterstützt oder von der katholischen Diözese. Und man hat gesagt, man muss privat investieren. Also Windkraft, wir haben da den größten Windpark in Afrika. Der ehemalige UN-Direktor versuchte, da immer Finanzmittel zu organisieren. Und auf der anderen Seite sehen wir die Wasserkraft, die betrieben wird an der Grenze zwischen Kenien und Äthiopien. Das sind aber auch im Wesentlichen externe Kräfte, die das betreiben. Da gibt es grüne Energieprojekte sozusagen, aber da gibt es zwei Seiten. Da ist einfach Mangel an Konsultation, denn da geht es ja um indigene Bevölkerung und deren Land. Und dann haben wir auf der einen Seite Staatseigentum und dann haben wir PPP. Und ob das jetzt PPP ist oder ob das jetzt regierungsamtlich ist, das ist alles auf Community-Land. Und da müssen wir sagen, wer sind denn eigentlich die Eigentümer, wo ihr diese ganzen Projekte da umsetzt? Ist das wirklich für die Daseinsvorsorge? Ist das für alle gut? Und man sagt nicht, was da generiert wird, zu welchen Kosten und so weiter. Gibt es ja nicht dann am Schluss nur mehr Korruptionsmöglichkeiten? Denn ist das, was da passiert für Kenia? Und was sind die Kosten für diese Stromerzeugung? Wäre es vielleicht nicht günstiger, von woanders Strom zu beziehen? Und die beiden größten Projekte, wieder Ölprojekte, auch wieder Mangel an Transparenz. Pipeline, wie geht es damit? Von Turkana, wo soll die Pipeline hin? Ja, man hat halt Öl, man hat eine Pipeline, die baut man, die kostet viel Geld. 25 Jahre später haben wir kein Öl mehr. Was machen wir dann mit der Pipeline? Das sind alles Fragen, die diskutiert werden müssen. Wie sieht es aus? Wie sind es mit den Kosten? Was sind die Auswirkungen auf die Bevölkerung, auf das Land? Gibt es Transparenz zu all diesen Projekten? Und was ist die Verbindung zu den tatsächlichen Produzenten, wenn sie Strom erzeugen? Und wenn ich dann aber als Fischer nicht mehr fischern kann, was kann ich denn dann mit diesem Strom anfangen? Ja, dieser Strom, der sozusagen dort erzeugt wird, der wird ins Hauptnetz eingespeist und die Leute vor Ort haben noch nicht mal einen Anschluss dann. Das heißt, die Leute vor Ort haben keine Lebensgrundlage mehr, zahlen über die Steuern, die Investitionen und haben nachher einfach auch keine Lebensgrundlage mehr. Wir haben uns immer angeguckt, wer ist der Finanzfinanzier dahinter. Meistens Pensionsfonds aus Deutschland, DFRED. Wir haben ganz unterschiedliche Investitionsquellen, aber auch von den Dänen versuchen wir mit der dänischen Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um dann Fragen zu stellen an den dänischen Pensionsfonds, der da sehr stark investiert. Die Holländer auch sind vor Ort aktiv. Das sind alles Sachen, dass das PPP ist, aber die chenische Regierung hat dort Bürgschaften gestellt, hat aber einfach gar nicht das gelesen, was es unterschrieben hat. Zum Beispiel Windkraft ist nur zyklisch. Das heißt, man hat darüber gar nicht nachgedacht, was das bedeutet, dass es da Schwankungen gibt. Also haben wir Speicherprobleme. Wir haben also zum Beispiel dann die Stromerzeugung manchmal, aber keine Speicher. Viel Energie wird nachts erzeugt, wird nicht gespeichert, kann untertags also auch gar nicht verwendet. Das sind alles Probleme. Sie sagen, dass die lokalen Gemeinschaften schwer negativ beeinflusst sind von diesen Projekten und Sie haben von der Absenz von Konsultationen und Vereinbarungen gesprochen. Wie kann man die lokale Bevölkerung einbinden? Oder gibt es, sagen wir mal, Bemühungen diesbezüglich? Gibt es da Modelle? Und was wäre Ihre Vision? Wie könnte man die lokale Bevölkerung mehr involvieren? Und ja, die Konsultation ist ganz entscheidend. Ob wir zustimmen, wenn nicht zustimmen, wie auch immer. Die Konsultation, wir sind landesnatürliches Kapital. Und das ist auch ein nationales Eigentum. Die Frage ist immer, wird es verkauft, wird es vermietet. 150.000 Hektar Land für 100.000. Kenia, Schilling ist nichts. Aber vielleicht sollte man mal andere Sachen überlegen, wie man das anders gestalten kann. Kann man das Land nicht an die Bevölkerung aufteilen? Oder dass die Leute dann sozusagen können, sich zu beteiligen und dann auch Profit zu ziehen. Wir haben ja immer diese Diskussion, PPP, sei gut. Aber es ist sehr extraktiv. Das heißt, wir fragen uns selbst, wenn man sagt, das ist für das Öffentliche gut, für die Entwicklung. Wer wird da entwickelt? Wem gehört diese Entwicklung? Das muss diskutiert werden. Und dann werden wir in der Lage sein, die Gemeinschaften mit einzubinden. Aber solange wir die Community ausschließen, ist es keine Entwicklung. Sie haben ja schon über das Windkraftprojekt gesprochen. Und Sie haben auch gesagt, dass Projekte, die wenig die Kindschaft haben, sind, die grüne Energie fördern, aber dass diese auch Risiken mit sich bringen. Welche Risiken sind das? Die Entwicklung Richtung grüne Energie. Das war alles ja klein dezentralisierte Projekte. In Afrika haben wir unglücklicherweise immer noch das Hauptnetz und das muss immer noch ins Haufennetz eingespeit werden. Das heißt, wir konzentrieren uns nach wie vor auf Megaprojekte. Das heißt, das Problem wird nicht wirklich angepackt. Klimawandel haben wir da. Wir haben die Luftverschmutzung. Aber in Ökosystemen, wenn die geschädigt werden, in dem Maße, wie wir kohlenstoffarme Energie fördern, dann vergessen wir, dass diese Projekte nicht in einem Vakuum stehen. Ökosysteme sind dazu, um den Lebensunterhalt der Menschen zu sichern. Und was ist das Ergebnis von einem solchen Projekt? Und das müssen wir immer diskutieren. Ja, ich bin für grüne Energie und ich bin für Bekämpfung des Klimawandes. Aber was ist dann noch die Lebensgrundlage für uns in der Community? Das heißt, wir sehen ja auch bei der Kommission für Dämme, ja, Wasserkraft ist grün, aber es braucht eine Größe, die machbar ist, die die Lebensgrundlagen nicht zerstört, die die Menschen vor Ort unterstützt. Bei Windkraft, da wird immer gesagt, grün, 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 aber das interessiert dann nicht, dass Land verloren gegangen ist, dass Lebensunterhalt verloren gegangen ist und die Leute sagen einfach weiter, die Investoren, es ist grün, 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 weiter. Ja, und diese Projekte sind auch nicht im Besitz der Afrikaner, es sind Silicon Valley oder sonstige Investoren. Ja, es gibt diese ganzen Kredite. All das Geld, das generiert wird aus Carbon Credits, ist nicht bei den Bürgern angekommen, deren Land weggenommen worden ist. Es wird zwischen den Investoren und der Regierung aufgeteilt. Und da heißt es immer, Carbon Credits, Carbon Credits, ja, wie viele Communities haben überhaupt Nutzen gezogen aus Carbon Credits? Und selbst die, die Nutzen gezogen haben, wie viel Geld haben die bekommen? Das weiß man alles gar nicht. Das heißt, die Leute kommen in Bereiche, die Naturländer waren, und dann hat man ein Paket genommen, hat das gebrandet, hat dem ganze Sichtbarkeit gegeben und hat das sozusagen dann verkauft. Ja, aber nach wie vor bei den Carbon Credits haben die Communities sozusagen ihr Land vergessen. Wir müssen natürlich nach wie vor kohlenstoffarme Entwicklung fördern, aber nach wie vor. Ich habe schon erwähnt, welche Entwicklung, wer kompensiert wen für welchen Landverlust und so weiter. Da gibt es chinesische Investitionen, da gibt es diesen Diskurs in Europa, wie chinesische Unternehmen eigentlich sich nur für das Geschäft interessieren und nicht für Menschenrechte und solche Dinge. Wie sehen Sie das? Wenn wir konkrete Investitionsprojekte haben, wie sieht denn dann die Realität aus? Claudia, Sie haben mich gefragt, warum ist die Frage Schwierigkeit? Wir hatten gestern Carlos Lopez, er hat ja gestern verglichen China und Afrika und hat erklärt, warum das so ist. Alle das, was gesagt wurde, in China und wie jetzt in Afrika investiert wird, dieser neue Kolonialismus, in Klammern, das ist natürlich alles sensibel. Aber ich will das in eine andere Perspektive setzen. Vor 50 Jahren fingen wir an mit einer Kooperation mit unseren ehemaligen Kolonialherren. Die Jahre gingen ins Land und nach 50 Jahren war nichts passiert. Wenn man sich die Infrastruktur, Landkarte anschaut, die in ANSI vorgestellt hat, sie wissen nicht, wie sie von Guala nach Termina fahren sollen. Auch nicht, wie man von Lagos nach Mombasa kommen kann mit dem Auto. Einige Afrikaner werden schon wissen, warum ich Ihnen das jetzt sage. Ich habe da schon eine Intention. Als die Chinesen dann kamen nach Afrika, nach ein paar Monaten schon, da gab es dann schon die Dinge zu sehen, die die Chinesen versprochen hatten. Und meine Augen sagen mir, ich verwende jetzt nur meine Augen, und meine Augen sagen mir, also wenn die Chinesen kommen, dann passiert was, dann sieht man was. und vielleicht wollte er einfach Geschäfte machen, wie andere Leute auch kommen und Geschäfte machen wollen. Carlos Jobes hat gestern gesagt, Investitionen, über die wir hier reden, die Investitionen, die sie nach Afrika bringen wollen, dies machen sie nicht, weil sie Afrika mögen, sondern, weil sie profitabel investieren wollen, weil sie ein Interesse haben. Und das ist doch okay. Irgendwie muss doch der Pensionsfonds irgendwo Geld verdienen. Damit die Leute, die sozusagen die Fondseigentümer dann auch ein Geld bekommen, nennen sie das Geschäft. Aber wo stehen wir da als Afrikaner? Wo sollten wir stehen? Und welchen Standpunkt dazu sollten wir haben? Genau darüber sollten wir diskutieren. Wir sollten auch herausfinden, wo unsere eigenen Interesse sind. Man kann nicht einfach nur sagen, von PPP nach CPP oder sowas. Da muss das C noch mit ran. Wenn wir das C hinzufügen, dann können wir den Leuten sagen, was sind unsere Bedürfnisse und was sind unsere Erwartungen. Und dann können wir die Investitionen verhandeln, die dann wirklich nach Afrika fließen sollten. Wie Sie sehen, habe ich Ihre Frage sehr geschickt um Schrift, weil ich genau das diskutieren will, welche Art der Investitionen wollen wir in Afrika, brauchen wir in Afrika und wie kriegen wir das? Das heißt, es geht nicht daran, wer investiert, sondern wie man das macht. Ja, genau. Und das versucht Nancy, glaube ich, auch zu erläutern. Wir haben ja hier ein Interessenspiel, die mit ihrem Geld kommen, die wollen ihre Interessen verteidigen. Die Landkarte, die du gezeigt hast, mit Straßen entlang der Küste. Ja. Das ist Bee-to-Honey-Infrastruktur, also Bienen-zu-Honig-Infrastruktur. Die wollen den Honig. Und wir in der Community müssen sehen, gut, die Bienen wollen den Honig und wir wollen aber auch was davon haben, was wir brauchen. Und das ist immer ein Verhandlungsspielchen, wo wir unsere Verantwortung wahrnehmen sollten. Und da hatten wir gestern auch gefragt, sind wir Afrikaner nicht auch Teil des Problems? Und das ist eine Verantwortung, die wir aber auch wahrzunehmen haben. Und darauf müssen wir dann unseren Verhandlungsansatz aufbauen. Ja, diese Frage auch dann der Entwicklungszusammenarbeit generell, es scheint einen Konsens zu geben zwischen den regionalen und internationalen Organisationen, privaten Investitionen und so, bezüglich der Notwendigkeit einer strukturellen Anpassung der afrikanischen Volkswirtschaften. Das kann viel bedeuten. prädatorischer Kapitalismus bis zu Wohlstand für alle, wenn man sich die laufenden Investitionsprojekte anschaut. Welche Transformation passiert da? Welche ist wünschenswert? Und was sollten wir wünschen? Ich lächle, denn strukturelle Transformation, Reformen, diese großen Worte, die uns dann sozusagen immer präsentiert werden, hat doch gar nichts mit unseren Erwartungen als Afrikaner zu tun. Und da sollten wir uns auch immer die Geschichte anschauen und mal die diskutieren. Aber ich will kurz in die Geschichte rekurrieren, um das zu erklären. Welche Infrastrukturen brauchen wir? Und wenn man das hinter Geschichte sich anschaut, dann ist die afrikanische Unabhängigkeit. Wir haben da eine Infrastruktur, die was zu tun hat mit weißen Elefanten. Die Afrikaner, die hier sitzen, wissen, was ich meine in den 70ern, weil es die Weltbank-Infrastruktur unterstützt, also Zugang zu natürlichen Ressourcen. Und dann hoffte man, dass dann sozusagen auch die Leute vor Ort nutzen, ziehen würden. Das ist vollkommen gescheitert. Als wir versuchten, eine produktive industrielle Infrastruktur umzusetzen, hatten wir weiße Elefanten gebaut. Die Wahl war immer eine falsche. Wir haben immer das Falsche gewählt. Warum? Weil die nichts mit der Community zu tun hatten, mit den Erwartungen der Leute vor Ort zu tun hatten. Und dann ging es weiter in der Geschichte. Dann kamen wir in die 90er Jahre. Und dann wurde der formale Ansatz der 70er wieder geendet, in etwas Moderneres, immer noch im Geiste, Biene-Honig-Infrastruktur. Und dann diese Extraktion der natürlichen Ressourcen sozusagen basiert. Und wieder haben wir niemals berücksichtigt, was die Leute vor Ort erwarteten. Und wenn man sich diese Geschichte anschaut und jetzt zu der Perspektive der neuen Initiativen kommt, also diese Initiativen, die wir gestern gehört haben, also Kompakt zum Beispiel für Afrika, Marschallplan für Afrika und so weiter, haben wir gestern ja gehört drüber. Was sollte da das Ziel sein? Was sollen wir damit erzielen wollen? Die Leute vor Ort wissen, was man damit erzielen soll. Über die 2063er-Vision scheint Afrika schon zu wissen, was man zu erwarten hat von jedem, der Infrastruktur investieren will. Aber lesen wir die Referenzdokumente, da bin ich mir nicht so sicher, wenn wir uns die sieben Hoffnungen der 2063er-Vision anschauen, und dann wird man langsam begreifen, welche Infrastruktur wir brauchen in Afrika und wenn man das begreift, kann man das eigene Business sozusagen so formen, dass es diesen Erwartungen entspricht. Das heißt, was wollen die Communities? Kurz, was wollen denn die afrikanischen Communities? Sie haben ja gesagt, sie wissen, was sie wollen. Was wollen sie denn? Was sind die Erwartungen? Ich erzähle Ihnen, welche Erwartungen ich vor zwei Jahren hatte. Was ich gehört habe in Kamerun. Und das passiert man wahrscheinlich, das hört man in anderen Ländern auch, 2013, als wir diese Konsultationen zur Post-2015-Agenda diskutierten. Und die Leute haben gesagt, Bildung, Gesundheit, sicheres Umfeld, Arbeitsplätze. Und dann, das wollen wir alles, das sollte aber Vorbedingungen haben, eine nachhaltige Infrastruktur, damit das umgesetzt werden kann. Gute Regierungsführung. Und das muss auch alles effektiv sein. Wir wollen nicht irgendwelche schicken Schulen, die man nicht verlegt oder irgendwelche Krankenhäuser aufbauen, die schick sind, aber wo man nicht hinfahren kann. Wir brauchen also eine Infrastruktur, die nützlich ist. Und selbst wenn man nicht so viele Schulen bekommt, wie man haben sollte, aber die, die bestehen, sollten einfach nützlich sein. Da gibt es also schon einen Qualitätsbegriff, das heißt Qualität für soziale Dienst, von sozialen Diensten. Und das wollen die Leute vor Ort. Ekal, Martin, ihr seid alle von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich Investitionsprojekte anschauen, die von Politikern, im Wesentlichen Geschäftsleuten, entwickelt werden. Und wenn es über die öffentliche Diskussion von Investitionen und Wirtschaftspolitik im Allgemeinen geht, da gibt es das G20 innerhalb der G20, da ist man dann involviert. Und da möchte ich jemanden zitieren, der heute nicht kommen konnte, Gierke Tarnow von TVA in Afrika, der sagt, dass sie ihre Ideen darstellen können und dann kommen die echtigen Pragmatisten und die echten Geschäftsleute, die machen dann das echte Geschäft. Wie sehen sie das? Wie schätzen sie das ein? Was ist ihre Meinung dazu? Sind wir da sozusagen als Zivilgesellschaft nur sozusagen ein Betrachter, der mal was sagen darf und sonst aber keinen Mitsprach hat? Ich soll anfangen? Ja, ich kann anfangen. Wir versuchen immer, die Zivilgesellschaft einzubinden. Jedenfalls behaupten wir das. Und das ist einfach diese Übung, die man überall sieht. Ein Plan wird dann entwickelt und vor dem Validierungstreffen wird die Zivilgesellschaft eingeladen, um Teil des Validierungsprozesses dann zu sein. Oder dann hat man ein Projekt. Im Beispiel hier. Dieses Camerona-Projekt. Dann hört man, ja, das Projekt wird implementiert. Man weiß gar nicht, wo es herkommt. Niemand weiß, wer die Idee gehabt hat, was Ziel und Zweck ist. Weiß man auch nicht. Und dann gibt es ein riesiges Treffen und dann wird man eingeladen, was zu sagen, als das Ganze finalisiert wird. Das ist doch keine Beeinbindung der Zivilgesellschaft. Da sollte es um Einbindung der Leuten, der Nutznießer des Projektes gehen. Wenn ich Zivilgesellschaft sage, dann suche ich nicht Organisationen, sondern Leute über verschiedene Organisationen, die deren Interessen dann vertreten. Und ich denke nicht, dass die Mechanismen, die wir heute haben, wirklich nützlich sind, die Leute mit einzubinden. Inklusion ist da nicht. Dann wie sieht es bei dir aus, Sie Karl? Martin hat eines nicht erwähnt, was die Hoffnung. Das ist ein Lied von einem Musiker. Wir wollen eine Umwelt, die wert ist. Da geht es nicht nur, es geht wirklich um ein Umfeld, das man schützen muss, damit man einen Lebensunterhalt hat. Aber wir sollen das dann bereitstellen, dieses Umfeld, und dann haben wir nicht die Möglichkeit, unseren Lebensunterhalt damit zu wählen. Ich habe gestern gedacht, als Carlos Lopez gestern sprach, war er sehr diplomatisch. Es war schön, ihn gestern zu hören und zu sehen. Und er hat etwas sehr Schönes gesagt und Richtiges gesagt. Es geht um einen Raum, in dem man dann eingeladen wird, aber wenn das Standard ist, das ist was anderes. Aber wenn es eine Einladung ist, dann ist es was anderes. Dann fragt man zu viele Fragen, dann drückt man zu viele Knöpfe und dann wird man einfach nicht eingeladen, höchstwahrscheinlich. Es geht nicht darum, die Leute einzuladen, wenn das Dokument schon auf dem Tisch ist. Das ist einfach so abhaken. Okay, die waren da, gut, wunderbar. Nein. Ein inklusives, ziviles Engagement. Von Anfang. Das ist erforderlich. Das wollen wir. Und wir sind irgendwo so in der Mitte im Moment. Es gibt da noch einen anderen Spruch. Das heißt, wenn sie nicht am Tisch sind, dann sind sie auf dem Teller sozusagen. Und wie können wir sozusagen eine Möglichkeit finden, sozusagen wirklich am Tisch zu sitzen. Und wenn wir nur eingeladen sind, dann werden wir an den Rand gedrängt und irgendwann werden wir gekocht und kommen auf den Teller. Es ist nicht darum, die Leute Zivilgesellschaft einzuladen, sondern der Raum für das Engagement der Zivilgesellschaft musste da sein von Anfang an. Und im Moment ist das nicht so. Ja, es wird nur einige eingeladen, die nicht zu viel Aufhebens machen. Vielen Dank. Ich glaube, das können wir bestätigen in der Stiftung. Wir arbeiten mit Zivilgesellschaftsakteuren und da geht es immer darum, wie viel Druck man ausübt. Und Uwe, wenn du jetzt zugehört hast, was bedeutet das für die Außenpolitik Deutschland? Sind wir auf dem richtigen Wege? Zuerst einmal vielen Dank für die interessante Beschreibung der Situation. Und jetzt soll ich hier etwas zusammenfassen und die Frage beantworten. Und das ist also sehr schwierig. Deshalb steige ich jetzt auf Deutsch um. Das ist einfach. ... Investitionen in Afrika angeht. Ja, ich bin Mitglied der Grünen Bundestagsfraktion und wir sind dabei ganz massiv und ich glaube auch sehr fundiert, die Initiativen, die sich ja weltweit häufen, eigentlich auch zu kritisieren. Und warum wir die kritisieren, das ist, glaube ich, in diesen Gesprächen schon sehr schön herausgestellt worden. Man fragt weniger nach den Wünschen und Notwendigkeiten, die vor Ort bestehen. Nancy hat das ja auch sehr schön gesagt, der Kolonialismus wird fortgesetzt in einer Art und Weise, die sehr viel eleganter ist als noch vor der Kriegszeit. Da hat man eben Soldaten geschickt, das brauchen wir nicht. Jetzt schicken wir Rechtsanwälte und Advisors, die dann Verträge machen, die in der Windbindungswirkung eher noch schlimmer sind und vor allen Dingen auch sehr viel langfristiger sind. Wenn ich mir dieses Windparkprojekt anschaue, am Lake Turkana, bin ich eigentlich zunächst einmal als Grüner hellauf begeistert. Erneuerbare Energie, der Wind bläst, kein CO2-Ausstoß, es sind wirklich gigantische Ausmaße, dort verwirklicht 360 Windräder auf einer Fläche von 165 Quadratkilometern. Das Problem wurde klar genannt. Dort leben Menschen und die ernähren sich zurzeit von diesem Land, jetzt nicht mehr, die Windräder stehen ja schon. Und was wurde mit denen ausgemacht? Hatten sie eine Chance, daran beteiligt zu werden? Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, denn ich glaube ja nicht, dass diese Windräder tatsächlich die Lebensgrundlage dieser Menschen dort zerstören. Aber es ist natürlich ihr Land und folgedessen sollten sie auch da wirklich davon profitieren. Zunächst einmal, und das müssen wir voraussetzen, vorher, bevor so ein Projekt überhaupt realisiert wird, muss mit den Menschen vor Ort gesprochen werden. und man muss ihnen erklären, worum es eigentlich geht und sie müssen ehrliche Möglichkeit haben, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Das heißt, sie müssen auch beraten werden, denn das ist etwas, was sehr schwierig ist. Aber Afrika hat ja in den letzten 20 Jahren auch durchaus extrem positive Entwicklungen gemacht. Und das ist im Bereich der Bildung zu sehen. Es gibt in Afrika sehr viel Zivilgesellschaft, es gibt in Afrika sehr viele Experten, die sich mit so einer Thematik inzwischen auseinandersetzen und die sind durchaus in der Lage, auch solche Volksgruppen wie hier am Legtürkaner zu beraten. Und ich hätte mir zum Beispiel schon gut vorstellen können, dass man mit den Anwohnern an diesem Windpark zu einem vernünftigen Ergebnis hätte kommen können. Ja, das Land wird ja verpachtet. Warum verpachten nicht die Menschen, die Community vor Ort das Land? Jetzt wird es verpachtet von der Regierung in Nairobi. Also das ist ein Missverhältnis, das ich absolut nicht verstehe. Es ist auch eine politische Dummheit. Man schafft sich dort wirklich Problemgebiete, die es einfach nicht bräuchte. Aber es ist natürlich auch so, wer profitiert von dieser Entwicklung? Das ist auch schön gesagt worden. Offensichtlich geht der Strom in die Hauptstadt, in die Industriegebiete dort. Und man hat ja auch, um das Projekt zu realisieren, Kalkulationen vorgelegt. Und die Kalkulationen waren sehr optimistisch. Man sagte, man stellt da die 360 Windräder hin und man baut noch eine 480 Kilometer lange Leitung nach Nairobi. Und das ist alles dann in diesen Preis inbegriffen. Und die Weltbank hat damals schon 2012, wenn ich richtig informiert bin, gesagt, diese Kalkulation stimmt hinten und vorne nicht. Und darum steigen wir aus. Weil sie eben nicht stimmt. Und tatsächlich ist es auch dann so gewesen, und das ist kein Fehler, sondern das war von vornherein einfach eine bewusste Strategie. Wir erklären denen, wir machen die Windräder und die Leitung und das wird alles über die Strompreise gezahlt oder lässt sich finanzieren über die Strompreise. Dann hat man nämlich die Leitung plötzlich ausgegliedert von dieser Energieerzeugung und jetzt finanziert die Regierung in Nairobi diese Leitung. Und die kostet mindestens genauso viel wie der ganze Windpark auch. Und da sieht man schon, dass da eine Riesenportion Korruption drin sein muss. Weil so dumm ist niemand, dass man das nicht vernünftig kalkulieren kann. Und da ist es natürlich auch wieder der Leidtragende, das sind die Menschen vor Ort. Und das bringt mich natürlich zu unseren Investitionsplänen, die wir ja ganz massiv jetzt in Deutschland, Europa und auch IWF und Weltbank beziehungsweise vorantreiben. Wir haben den Marshall-Plan, wir haben die Compact with Africa, wir haben den External Investment Plan, den sogenannten Junkers-Plan auf EU-Ebene. IWF und Weltbank wollen auch ganz massiv investieren und Nancy hat es so schön gesagt, from billions to trillions. Also wissen Sie, ich komme aus Bayern, ich könnte Ihnen das jetzt sagen, wie man das auf bayerisch übersetzt. Wir scheißen das Land voll Geld und dann läuft das. Ja, und genau das kann es eigentlich nicht sein. Denn Investitionen, das ist unsere Erfahrung seit den 50er Jahren und das ist auch der Grund, warum es einen Raggi-Prozess gegeben hat, warum John Raggi seine Guiding Principles veröffentlicht hat, Investitionen sind notwendig und sinnvoll, aber sie müssen bestimmten Bedingungen gehorchen. Wenn Sie das nicht tun, dann werden Sie eher destruktiv für das Land sein oder negative Entwicklungen verstärken. Im besten Fall erhalten Sie dann einen schlechten Stand aufrecht. Also gerade wenn ich an die Textilindustrie in Bangladesch denke, da wissen wir das, die Situation ist niemals besser geworden durch die Industrie, auch wenn da Millionen Menschen in diesem Bereich arbeiten. Aber es wird nicht besser und es geht auch nicht voran. Was erwarten wir von Investitionen? Ja, also es ist etwas gesagt worden von Expectations. Wir müssen wissen, was die Menschen vor Ort erwarten. Das war mir allerdings auch, Martin, etwas zu undifferenziert und zu ungenau. Also ich hätte mir schon noch ein bisschen klarer eine Erklärung darüber gehabt, was denn wirklich erwartet wird. Aber von unserer Sicht aus, wir können hier nur allgemein theoretisch sagen, muss ich erwarten, dass die Bevölkerung vor Ort profitiert, dass es so etwas wie eine Gemeinwohrentwicklung gibt, dass Investitionen auch immer zu Steuereinnahmen vor Ort führen und diese Steuereinnahmen müssen dann auch transparent sein. Bevor es zu einer Investition kommt, muss Transparenz hergestellt werden für die Zivilgesellschaft, für die Menschen vor Ort. Und da gibt es eben in diese Richtung ganz viele Fragen und eigentlich auch schon Antworten. Wir haben ja die SDGs verabschiedet 2015 und ich glaube, das ist der Fahrplan, an dem sich sämtliche Investitionen auch zu orientieren haben. Wir haben zum Beispiel das SDG Nummer 10. Das SDG Nummer 10 sagt, dass die Ungleichheit reduziert werden soll. Ungleichheit innerhalb der Länder, aber auch zwischen den Ländern. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, inwieweit unsere Investitionen mehr dem europäischen Interesse dienen oder dem Investoreninteresse als der Nation, in der eben investiert wird. Und das ist auch schön gesagt worden, von Nancy hat das ja wunderbar gesagt, hier werden Großprojekte realisiert und es werden Investitionen gefördert, um auch dann tatsächlich den Profit rauszuholen. Profit ist in Deutsch ein fürchterliches Wort, im Amerikanischen, im Englischen nicht, da ist es akzeptiert. Es ist einfach Profit, der abgeführt werden soll. Und meine Befürchtung besteht eben auch darin, dass diese ganzen Investitionspläne zu so etwas wie dem Washington Consens 2.0 führt. Washington Consens, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das war eben ein Programm, das in den 80er Jahren entwickelt worden ist und in den 90er Jahren entwickelt worden ist und das sollte im Prinzip der neoliberale Investitionsboom weltweit vorantreiben und die Ideologie dahinter ist, wenn es den Unternehmern gut geht, dann gibt es diesen Triple-Down-Effekt und dann profitieren alle Menschen davon. Es spricht heute kein Mensch mehr von Washington Consensus, aber Sie haben gelernt daraus, Sie sprechen nicht davon, Sie machen es aber trotzdem. Und diese ganzen Investitionsinitiativen, die ja letztlich auch was mit unserer Fluchtproblematik zu tun haben, die gehen in diese Richtung. Es sind Billionen tatsächlich von Kapital auf dem Weltmarkt vorhanden, die keinen Ansatzpunkt haben. Man kann sie nicht mehr vernünftig investieren und deswegen ist diese Situation in Afrika eigentlich ideal. Da kann man auch investieren, da sind jede Menge Rohstoffe, da ist auch jede Menge an fruchtbaren Landes, wo man also dann, was weiß ich, Energiepflanzen züchten kann oder Soja oder sonstiges, alles, was halt der Westen braucht, kann man da sehr gut züchten. Also das ist, glaube ich, die fundamentale Kritik an diesen ganzen Investitionsplänen, die da herrschen. Und ich denke, wir sollten, wenn wir investieren, unsere gesamtgesellschaftliche oder globale Verantwortung wahrnehmen und darauf drängen, dass Investitionen tatsächlich zu einem Gemeinwohlentwicklung beitragen und inklusives Wachstum produzieren. Danke, Uwe. Ich würde an dieser Stelle... I'm switching to English again. Sorry. Okay, ich gehe wieder auf Englisch über. Viele verstehen mehr Englisch als Deutsch. Deshalb möchte ich jetzt die Diskussion eröffnen zu dem, was gesagt wurde, auch was Nancy gesagt hat. Also bitte denken Sie kurz darüber nach, was Sie bisher hier gehört haben. Gibt es ein Saalmikro? Und bitte nennen Sie kurz Ihren Namen und an wen Sie die Frage richten. Vielen Dank. Ich bin Ishii Gavet, eine Wissenschaftlerin von der Göttingen Universität und dem Max-Planck-Institut. Ich koordiniere auch ein Netz, wo es darum geht, um die Veränderung des Nutzens von Grund und Bodens. Ein großes Netz mit Teilnehmern aus der Region, Aktivisten, Wissenschaftlern. Erst einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken und ich möchte mich auch bedanken bei Nancy. Gestern habe ich mich nicht so wohl gefühlt aufgrund der Verallgemeinerung. Ich weiß, was Carlos uns sagen wollte, aber das, was wir jetzt hier gemacht haben, ist so wichtig, denn was vor Ort passiert, ist wichtig. Wer ist der Nutznießer? Und ich möchte einen Freund aus Äthiopien zitieren. Ich vergleiche unterschiedliche Investitionen in Äthiopien, in verschiedene Branchen und viel davon ist sehr schmerzhaft. Und das Argument ist, dass eigentlich irgendwann jeder einmal Nutzner rausziehen wird, aber mehr nach zehn Jahren kann ich sagen, das ist nicht passiert. Es gibt viele fehlgeschlagenen Investitionen, viele Menschen, die immer noch arm sind. Hier spreche ich um Zuckerrohr. Viele Menschen, die ihren Lebensunterhalt verloren haben und die nie dafür kompensiert worden sind. Was ich also hier feststellen wollen, es gibt diese Trennung zwischen den Managern und den Gemanagten und diese Trennung ist immer noch extrem. Und ein äthiopischer Politiker hat mir gesagt, das ist wirklich sehr schmerzhaft. Sie haben die Frage nach den Sweatshops gestellt. Viele sind nicht die Nutznießer. Ich möchte meinen Freund zitieren, der über Schulen gesprochen hat, aber das sagt auch etwas zur Landwirtschaft und dann komme ich auch schon zum Ende. Was wir wollen, sind gute Schulen, die das Wissen integrieren und auch unsere kleinsten Kinder respektieren, sodass sie stolz das in Zusammenhang bringen können mit den Dingen, die wir ihnen nicht lehren können. Wir wollen Investitionen, sagt er, aber wir wollen Teil des Ganzen sein. Und man muss aufbauen auf dem schon bestehenden Wissen und nicht einfach das Wissen uns aufstülpen. Wir haben auch noch ein Sicherheitsproblem. Die großen Masterpläne in Äthiopien haben zu dem Ausnahmezustand geführt, in dem sich das Land jetzt befindet. Das fand statt nach Angriffen auf 68 Investitionsprojekte im November letzten Jahres. Dass der Grund war, die Menschen waren nicht zufrieden mit den Masterplänen. Und wenn die Menschen so unzufrieden sind, kann das kein Nutzen sein. Diese Trennung existiert noch weiter. Die lokale Bevölkerung, zwischen der lokalen Bevölkerung und den Managern. Wie kann man das zusammenbringen? Welche Vorstellung haben sie? Denn das kann wirklich auch ein Sicherheitsproblem sein. Wir hören eigentlich nicht so viel über diese Äthiopischen Proteste. Und es gab eine Veranstaltung dazu. Wir sprechen so oft über die Pläne, die Initiativen. Aber was wir nicht hören, ist, dass viele Menschen auf die Straße gehen, anderweitig protestieren. Oft auch gegen die Investitionsprojekte. Davon hören wir hier nicht so viel. Bitte versuchen Sie, sich ein bisschen kürzer zu fassen. Und ich werde zwei oder drei sammeln. Ich bin Elisa Journalistin und ich werde mich kurz fassen. Wir haben viel gehört, was schief gelaufen ist. Gibt es aber auch Best-Practice-Beispiele, wo die lokalen Bevölkerung von Anfang an mit einbezogen war. Ich bin IT-Unternehmer und arbeite auch mit einer Zivilgesellschaft zusammen. Ich habe eine Frage an Uwe. Wir haben darüber gesprochen, über die lokale Bevölkerung, die Probleme, die sie auch mit der lokalen Regierung haben, in Kenia, vielleicht auch in Kamerun. Andererseits ist die europäische Politik fast ausschließlich an die Regierung gerichtet. Gibt es auch Initiativen, um mit den Nichtregierungsorganisationen in Afrika zusammenzuarbeiten? Noch eine Frage. Mein Name ist Yadin Jha. Ich bin Arzt und ich möchte IKAL und Martin fragen, was glauben Sie, wie kann man zu einer guten Regierungsführung in Afrika kommen? Wie kann die lokale Bevölkerung mit einbezogen werden? So oft die Investoren kommen überhaupt nicht mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt. Sie sprechen zu den Mächtigen, die ihre eigene Agenda haben und keine Beziehung zur lokalen Bevölkerung. Also vier Fragen, die Trennlinie zwischen den Managern und der lokalen Bevölkerung. Dann Best Practices. Wie kann man mit der Zivilgesellschaft in Initiativen direkt zusammenarbeiten? Vielleicht, IKAL, kannst du dir eine Frage aussuchen? Bevor ich zu den Fragen komme, ich fand es sehr interessant. Denn Uwe kommt von draußen und kennt aber die Probleme. Und ich war sehr beeindruckt. Er wusste mehr als die deutsche Botschaft in Nairobi. Also da war ich sehr stark beeindruckt, dass er so gut informiert war über die Probleme. Besser als die Botschaft. Vielen Dank dafür. Was die Trennung betrifft, die Kluft, gibt es keine, nur eine Lösung. Wir sind ja nicht homogen. Denn selbst innerhalb der einzelnen Gemeinschaften gibt es unterschiedliche Menschen. Diese Frage hat viele Aspekte. Der Grund und Boden ist Eigentum der Regierung. Es gibt unterschiedliche Probleme. Auch wenn ich in Äthiopien geboren bin und ich ein Kind im Ausland bekomme, wird dieses Kind nie etwas erben, was mir in Äthiopien gehört. Das heißt, hier gibt es viele Aspekte. Und das muss wirklich in Äthiopien gelöst werden, um ehrlich zu sein. Das ist wirklich traurig, dass die Omo-Proteste stattgefunden haben. Sie mussten stattfinden. Denn Äthiopien ist immer beherrscht worden. Und ich finde es sehr gut, dass sie jetzt aufgestanden sind. Und das haben sie in der Vergangenheit nicht mehr gemacht. Und zum ersten Mal im letzten Jahr hat einer, der die Nummer zwei im Marathon war, diese Probleme gezeigt. BBC hat über Äthiopien berichtet. Das war in der Vergangenheit nie der Fall. Die US State Department haben wir jetzt angesprochen. Wenn diese Dinge passieren, weshalb werden immer noch Mittel nach Äthiopien gepumpt. Viele haben gesagt, es ist ein Sicherheitsproblem. Die Situation in Äthiopien geht es nicht nur um die Manager und die Gemanagten, auch die politische Vertretung. Es gibt nur einen Oppositionsführer. Das ist ein Prozess, der stattfinden muss, außerhalb der Frage der Ressourcen. Aber das ist auch etwas, was wir uns fragen im Omo-Tal. Wir von außen können die lokale Bevölkerung nicht von außen unterstützen. Mehr müssen in die Schule gehen können. Und jetzt ist es gut, dass im Militär Leute die Uniform ablegen. Dieser Prozess findet statt und wir können diese Prozesse nur unterstützen. Wir wollen kein Geld nach Äthiopien schicken, aber wenn man will, bekommt man das Geld überall hin. Also man muss sich entscheiden, kein Geld nach Äthiopien zu schicken. Was die Regierungsführung betrifft, viele Unterstützung geht an Investitionen, Institutionen. Die Regierungen haben solche Institutionen und sie sagen, dass hier haben wir die Privatwirtschaft. Es gibt viele solche Institutionen, die man nutzen kann. Viele Gelder werden dazu verwendet, die Regierung zu stärken. Was bedeutet das? Also wir stärken die Institutionen. Wie tun wir das? Politische Partizipation. Und seit Anfang des Jahres spreche ich schon darüber, wenn die Menschen über gute Regierungsführung sprechen, das geht über die Wahl hinaus. Kenia gibt schon seit vier Jahren Geld aus. Und es geht darum, wie kann man die Prozesse unterstützen, wie Carlos gesagt hat, wenn man keine Daten hat, keine Systeme, die die Menschen erfassen, von der Geburt bis zum Tod, hat man dann auch viele Tote, die mit zur Wahl gehen. Man muss das System verändern. Und wir fragen uns, wenn wir die Regierungsinstitutionen stärken, was wollen wir? Geht es darum, irgendwelche Kästchen abzuhaken, wie viele sich beteiligt haben? Wird das zu echten Veränderungen führen? Es geht mehr über die schnellen Lösungen hinaus zu gehen, strategische Lösungen. Diese Prozesse müssen über die fünf Jahrpläne, die wir normalerweise entwickeln, hinausgehen. Vielen Dank für die Fragen. Das gestattet mir noch auf einige Punkte einzugehen. Die Lösungen, selbst im Hinblick auf die Trennung, die Agenda 2030 ist der Anfang einer Lösung, denn man sieht, dass die Agenda 2030 in einem anderen Geist verabschiedet wurde. Selbst wenn die Absichten dahinter nicht immer positiv waren, dann ist mir das egal, wie die Agenda jetzt aussieht, was man dort liest. Da gibt es Punkte, die uns helfen können, diese Probleme anzugehen. Das monetäre System. Die Agenda sagt, wir müssen sicherstellen, das Ganze im Kontext zu sehen, intern, so dass es auch Informationsströme gibt an die Politiker. Auf diese Art und Weise kann man eine Lösung erreichen. Was meine ich damit? Ich meine die Möglichkeit eines Monitoring-Rahmens, der so entwickelt ist, dass er von der Basis an entwickelt wird und in der Umsetzung der SDGs wird dieser Rahmen dann mit dem komplexen Bewertungsrahmen, mit den fast 200 Indikatoren, wenn man an die Basis geht und einfache Kennzahlen hat, so dass die Menschen sagen können, was sie wollen und wie sie es wollen. Und wenn man das als einen offiziellen Rahmen im Land hat, kann man damit einen Prozess anstoßen, wo die lokale Bevölkerung mit an Bord genommen wird und Teil ist im Entscheidungsprozess. Wir versuchen das in meinem Land. Wir nehmen jetzt die Regionalisierung der SDGs vor und fragen die lokale Bevölkerung, wie können sie bewerten, dass die Ziele erreicht werden aus ihrer Sicht und davon ausgehend werden wir dann lokale Indikatoren entwickeln, die dann die Verbindung zur globalen Agenda hergestellt wird. Das kann man also beim Monitoring machen, aber auch bei der Entwicklung von Projekten. Das heißt, wir brauchen einen offiziellen Rahmen, wo die Menschen an der Basis mit einbezogen werden. Wir sollten hier das Ganze nicht vorab definieren. Wir sollten ganz konkret die lokale Bevölkerung bezogen auf den jeweiligen Einzelfall einbeziehen. Das ist Teil der Lösung. Wenn wir das tun, dann starten wir einen Prozess, zum Beispiel bei der Umsetzung des Compacts oder des Marshall Plans. Mir gefallen diese Begriffe nicht, aber sie sind nun einmal in der Welt. Wenn wir das tun, können wir etwas Nützliches für die Menschen erreichen. Vielen Dank für die Frage der Zusammenarbeit zwischen der Regierung und der Grünen Partei und CSOS. Offizielle Entwicklungszusammenarbeit. Es ist natürlich richtig, dass die Bundesregierung mit den Partnerländern einen Staatsvertrag abschließt. Und da wird sehr viel festgelegt. Aber es ist natürlich nicht so, dass alles Geld automatisch zum Staat geht, sondern in vielen Fällen besteht die Möglichkeit, dass die NGOs direkt unterstützt werden. Und das wird auch umgesetzt. Also gerade auch solche Organisationen wie Miserio, Brot für die Welt, die haben ein pauschales Budget. Da mischt sich der Staat überhaupt nicht ein, wie das umgesetzt wird. Und Brot für die Welt arbeitet eben auch mit NGOs vor Ort. Die haben nicht selber Projekte, sondern sie unterstützen, begleiten Projekte vor Ort. Und natürlich ist es auch durchaus möglich, über staatliche Gelder, über irgendjemand verteilt das dann schon, ist es jetzt die GIZ oder ist es die KfW, mit lokalen Initiativen vor Ort zusammenzuarbeiten. Also ich habe wunderbarste Projekte gesehen, zum Beispiel in Sierra Leone und in Liberia zum Thema Frauenbeschneidung. Das ist etwas, was wir aus Deutschland nicht leisten können. Das muss Zivilgesellschaft vor Ort, die sich mit der Materie, mit den Verhältnissen auskennt, leisten. Und da ist jahrelang Unterstützung gelaufen. Das Problem mit dieser Unterstützung von zivilen Organisationen besteht darin, dass die Projekte immer auf drei Jahre befristet sind. Und das ist oftmals viel zu kurz, was aber trotzdem oftmals dann trotzdem beendet wird. Ja, weil man sagt, naja, man geht in einen anderen Bereich, was schade ist. Denn viele dieser Projekte sind sehr sinnvoll. und sie sollten durchaus auch länger fortgeführt werden. Das ist also das, was ich dazu sagen kann. Aber ich hätte jetzt dann schon noch eine Frage an Sie. Darf ich auch was fragen? Ja, wir machen eine letzte Fragerunde. Am besten startest du einfach dann direkt. 20 Sekunden pro Frage ab jetzt. Wir sind ja immer an Dezentralisierungsprogramme beteiligt. Und Kenia hat eine neue Verfassung, die die regionale Gebiete stärkt. Ist das nicht eine gute Möglichkeit, Korruption zurückzudringen? Ist das der Beginn der Bekämpfung von Kooperation? Ja, dann, Nancy, noch sonst jemand? Noch jemand, eine ganz kurze Frage? Ja, mehr wie drei können wir nicht nehmen. Dann müssen wir das hier noch im Podium diskutieren und dann später bitte in der Kaffeepause. Merci. Ich wollte eigentlich antworten auf einige Kommentare zum Thema Sicherheit und Regierungsführung mit einem sehr spezifischen Beispiel hier. Viele PPP-Verträge haben da eine Klausel. Wenn es Streiks gibt, gewerkschaftlich organisierte Streiks oder Proteste, Demonstrationen, die zu einer Verzögerung eines Projektes führen, dann, so die Vorschrift, da hat die Gastregierung den Investor zu bezahlen dafür. Einige Regierungen werden sagen, ich werde doch den Investor nicht bezahlen. Dann schicke ich einfach die Militärs raus, um den Streik da niederzuschlagen oder den Protest. Und da haben wir mehr Repressionen der Zivilgesellschaft aufgrund solcher Vorschriften. Und das ist ein Punkt, der wichtig ist zu betonen. Denn wenn wir Good Governance fordern, wenn wir gute Regierungsführung fordern, dann ist es wichtig auch zu sehen, was denn die Hindernisse in Richtung Good Governance sind, um gute Regierungsführung dann auch zu bekommen. Und natürlich, und der Vertrag... Ja, und da gibt es Verträge, die sind wie ein Sandwich. Zwischendrin ist der Vertrag. Drumherum ist es ein bisschen Garnitur. Und das hat dann auch mit dem Investor Dispute Mechanism zu tun. Das heißt, ein ausländisches Unternehmen kann eine Regierung verklagen. Es gibt nicht genug Revenues, es gibt nicht genug Leute, die die Maut bezahlen oder es gibt nicht genug Leute, die auf die Schule gehen da, die wir gebaut haben. Das heißt, der Vertrag ist wie ein Investitionsvereinbarer. gibt dem Investor jede Menge Rechte und deswegen brauchen wir auch hier auch jede Menge Transparenz, insbesondere Vertragstransparent. Ja, vielen Dank für diesen Einwurf. Ja, und weiter geht's, bitte. Emilia Gesseli, ich bin nicht Vertreterin einer Organisation. Ich würde gerne Ihre Gedanken hören für die neueren Freihandelsvereinbarungen zwischen der EU und einigen afrikanischen Ländern, die wirklich die EU gepusht hat im Sinne von was mit diesen ganzen Entwicklungsprojekten und Infrastrukturwägen, wenn diese Freihandelsvereinbarungen eigentlich das Leben der Leute, die Lebensgrundlagen der Leute dann vor Ort zerstören. Weitere Frage, hier vorne. Es ist eher ein Kommentar als eine Frage. Warum sind wir heute hier? Wir wollen ja was ändern, wie der West mit Afrika Transaktionen durchführt. Und vor viel dessen, was wir da diskutieren, scheint ja zu basieren auf der Denke des Westens. Wir in Afrika haben die Verantwortung, unsere eigenen Beziehungen zu bauen und an den Tisch zu kommen mit etwas Starkem, mit einem Angebot, mit einer Transaktion. Und in dieser Transaktion sollten die Dinge fair vorgehen. Der letzte Redner hat von EPA gesprochen und das, wollte ich sagen, das steht nicht für ein Denken. Für ein Denken, da haben wir eine Vereinbarung, von dem wir erwartet werden, das zu unterzeichnen, ohne dass wir das vorher ausgehandelt haben. Offensichtlich will der Westen in seinem Umgang mit Afrika sich nicht ändern möchte. Und das verhindert Entwicklung in Afrika. Vielen Dank, Uso Bucce. Ja, Freihandelsvereinbarungen. Wenn man dann diese Freihandelsvereinbarung ist, muss man dann noch über andere Dinge diskutieren und ruinieren die dann alles andere. Gibt es noch weitere Fragen, Kommentare für die letzte Podiumsdiskutantenrunde. Wenn nämlich der Fall ist, dann geht es los hier auf dem Podium. Irgendwie wollen Sie immer, dass ich anfange. Die Freihandelsvereinbarung, das sollte man nicht machen, wenn man Freiheit hat, zu machen, was man will. Denn in einem Freihandelsvereinbarung mit Afrika ist nichts Gutes drin. Und selbst die, die die Freihandelsvereinbarung gebracht haben, haben anerkannt, dass da nichts Gutes steckte. Eine der Klauseln der Freihandelsvereinbarung ist ja, dass sie sozusagen haftbar sind für die Konsequenzen. Und soviel zu Freihandelsvereinbarung. Ein weiteres Problem mit den Freiheitsvereinbarungen ist ein ähnliches Problem wie das, was wir jetzt diskutieren. Freiheitsvereinbarungen haben nichts mit dem zu tun, was die Bevölkerung will. Selbst Länder, die das unterzeichnen, auch mein Land hat es unterzeichnet, Selbst in meinem Land wollte die Bevölkerung das nicht. Und es gibt auch Widerstand. Es gibt nichts Gutes an Freihandelsvereinbarung. Nichts für Afrika. Gut für die Freihandelsverträge pushen. Und wenn wir am Tisch sitzen wollen, dann müssen wir zumindest vereinbaren, wie man seine eigenen Interessen schützt. Und das fehlt vollständig in den Freihandelsvereinbarungen. Die Investitionen, die kommen. Ja, Investitionskompakt. Da wird der Handelsaspekt zum Beispiel gar nicht abgehandelt. Ich nehme an, oder man nimmt wohl an, dass wenn die Investitionen dann kommen, dass die dann den Handel befördern. Das funktioniert nicht durch eine unsichtbare Hand. Das heißt, wenn wir die Dinge effektiv voranbringen wollen, wenn Investitionen kommen und das Handel befördern sollte, dann brauchen wir da auch eine gewisse Regulierung. Das ganze System muss rational geschaltet werden und sicherstellen, solange wir investieren, dass wir auch Profit machen, dass auch eine gewisse soziale Dienste für die Afrikaner drin sind und am Schluss der Kontinent Nutzen zieht. Wo ist der Nutzen im Moment? Und das ist die Frage der Verhandlung. Ja, wir müssen unsere Verhandlungsart und Weise ändern im Interesse Afrikas. Danke. Als kleines Mädchen habe ich meine Mutter gesagt, es gibt nichts umsonst und finde ich für 100 Schillings. Das ist das, was ich immer sage, denke, wenn jemand sagt, oh, das ist umsonst, nichts da, es gibt nichts, nichts ist umsonst. Und dann frage ich mich bei Freihandel, was ist denn daran frei? Was jetzt die Rückgabe angeht, Evolution, ist eine gute Idee für Kenia gewesen und man sieht den Nutzen. Aber wenn man ein schwaches Zentrum hat, dann ist es schwierig, etwas zurückzugeben, Strukturen zu entwickeln, wenn das Zentralregierung nicht funktional ist, eine Struktur hat, die einfach nur klaut und wenn man den Aspekt des Betrugs aus dem Zentrum nicht gelöst hat, dann hat man die Korruption. Wir haben die öffentlichen Schulden, da werden einfach zu viele Löhne ausgezahlt. Wenn man eine solche Struktur hat wie jetzt, sind es da einfach nur zu viele Beamten, die da alimentiert werden. Dann ist kein Geld mehr da für öffentliche Dienste. Es gibt, ja, wir haben da einige, die viel zu viel Geld verdienen im Verwaltungsapparat, weil wir haben uns das System noch nie genau richtig anschaut. Beschaffungssystem, ja, nichts ist systematisiert und Aspekte, Korruption, das hat sich versiebenfacht. Wir haben dann einen, wir haben einen Chef des Bundesrechnungshofs, der war wirklich sehr smart, der hat gefragt, haben wir da fehlt ein Teil des Budgets, da gibt es unterschiedliche Konten hier und er hat einfach nur zehn Leute und jedes Mal, wenn er eine Frage aufwirft, dann wird er vom Parlament abgebügelt. Und es gibt gute Leute, die sagen, hier, das funktioniert nicht, da stimmt irgendwas nicht mit eurem Etat. Und wir müssen wirklich drüber nachdenken, was die Devolution bedeutet. Ist es nur dafür da, dass man nochmal sieben Gouverneure mehr bezahlt oder ist es möglich, dass man Leute vor Ort involviert? Gut, jetzt die Infrastrukturentwicklungsprogramm. Wir haben noch über uns, nicht über uns gedacht, über das, was an uns herangetragen wird. Ja, also Wasser, Energie, sonst was, Investitionen. Wir versuchen erstmal zu überlegen, wie wir das Geld kanalisieren. Ja gut, und große Infrastruktur brauchen wir auch, aber solange die große Infrastruktur nicht verbunden ist mit den Orten, wo produziert wird, wo verbunden wird die Energieerzeugung mit dem Energieverbrauch und wir verbinden es, wir verbinden nicht das mit den Märkten. Wir gucken auch nicht an den Transport. Das Transportsystem innerhalb Kenias ist eine Katastrophe. Es ist für mich billiger, nach Europa zu fliegen, als in Kenia mich sozusagen her zu bewegen. Wenn man erstmal den Warenverkehr angeht, ja, es gibt Leute, aber wir fragen uns einfach nicht, wie sieht es da mit der Infrastruktur, die aufgebaut worden ist, wieso funktioniert die nicht? Und die funktioniert nicht und dann kommen noch welche, die wollen noch mehr bauen und bauen noch mehr. Und dann sagt man, ja, Infrastruktur ist kritisch, aber wir müssen uns fragen, was ist schon mit der aufgebauten Infrastruktur? Also warum funktioniert die nicht? Und dann bauen wir wieder neue. Und dann ist am Schluss die Infrastrukturkosten dreimal so hoch bei uns wie im Nachbarland. Und dann fragen wir uns natürlich, ja, wieso ist das denn? Unsere Eisenbahn in Kenia ist dreimal teurer als die in Äthiopien. Dann feiern wir das Ganze, aber schlussendlich, ja, wir wollen ja dann feiern, Infrastruktur ist da, aber wir diskutieren dann nicht, oh, meine Urenkel werden für etwas bezahlen, für etwas, was gar nicht funktioniert. Und das haben wir überall mit der großen Infrastruktur in unserem Land. Sprezes habe ich vorhin vergessen, als ich das Thema NGOs aufgegriffen habe. Wir haben leider die Situation, dass in vielen afrikanischen Ländern auch die Zivilgesellschaft sehr stark eingeschränkt wird. Also in Äthiopien ist es ganz brutal, Eritrea auch, aber es gibt natürlich auch andere Länder, wo die Regierungen einfach mehr und mehr Angst vor der NGO-Szenerie bekommen und deswegen auch deren Aktionsradius einschränken. Also ich habe noch keine Lösung dafür gefunden, was man dagegen tun kann. Zweitens, E-Pass wurde angesprochen. Also wir kritisieren, seitdem ich im Bundestag bin, wahrscheinlich schon davor, auch die Entwicklung dieser ganzen E-Pass. Und es ist alles korrekt, was hier gesagt worden ist. Es ist aber auch unter dem Aspekt der Entwicklung einfach zu bewerten. Es ist nämlich so, dass diese E-Pass vernünftige Entwicklungschancen eher blockieren, als sie fördern. Und wenn wir jetzt das in Verbindung mit Marshallplan, Compacts und so weiter sehen, wo dauernd die Entwicklung Afrikas ganz oben angestellt wird, das Einzige, was real vorläufig ist, sind die E-Pass. Und die E-Pass machen genau das Gegenteil. Und damit Sie das auch wissen, wer dafür verantwortlich ist in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist unser Entwicklungsminister, der federführend in Brüssel für Deutschland diese Verträge verhandelt hat. Das ist nicht einmal in der GIZ und im BMZ allen bekannt. Das muss aber allen bekannt sein. Denn Müller wandert in der Welt herum und sagt, wie schlimm doch diese Handelsverträge, die globalen Handelsverträge sind. Gleichzeitig sitzt er am Tisch und unterschreibt die E-Pass. Und das muss wirklich auch nach außen kolportiert werden. Und der dritte Punkt, das sind nochmal die SDGs. Ich glaube, es muss jedem klar sein, die SDGs definieren jedes Land als Entwicklungsland. Das heißt, jeder muss seine Verantwortung wahrnehmen. Wir müssen unsere Verantwortung hier wahrnehmen, darauf gucken, wie unsere Aktivitäten, Investitionen oder sonstige Maßnahmen auf Entwicklungsländer wirken. Aber auch, und das war sehr schön gesagt hier, auch Afrika hat natürlich sehr viel zu tun. Die Korruption muss bekämpft werden. Es müssen auch sehr viel mehr Maßnahmen, Infrastruktur gelenkt werden. Es muss zusammengearbeitet werden mit der UN-Ebene, damit Steuerhinterziehung leichter bekämpft werden kann und so weiter und so fort. Also, wir sind alle gefordert, hier etwas zu tun. Dankeschön. Vielen Dank für die Podiumsteilnehmer, für die sehr interessante Diskussion. Vielen Dank für die Fragen und Kommentare. Ganz kurz möchte ich Aufmerksamkeit lenken darauf. Es gibt natürlich nicht nur die Konferenz von gestern und heute. Wir haben jede Menge Beiträge, auch auf unserer Website zum Thema Investitionen, Interviews, Grafiken, auch zum Konferenzthema, auch zum G20. Wir haben ein riesiges Dossier online. Und wenn Sie interessiert sind an Protestbewegungen, es gibt auch eine Reihe von Beiträgen von Africa Pricing, eine Konferenz, die wir hier früher im Jahr hatten. Jetzt haben wir 15 Minuten Pause und danach haben wir zwei brillante und sehr kontroverse intellektuelle Dr. Ludger Schuhknecht und Dr. David Nidhi. Bis gleich.